Ich bin mal ganz zufrieden. Und was hast du? Dani, die Armee hat einen Kontrollpunkt errichtet, um nach Guerrieros Ausschau zu halten. Darum stellst du dich ihnen nicht mal vor. Ich sehe da hinten was Grünes leuchten. Was? Haben irgendwas geschafft? Ja, wir sind jetzt in der Aufgabe. Zerstöre die FND-Werbetafel, schalte die Soldaten aus. Als hätten wir das noch nie gemacht. Genau, ich nehme den da vorne. Moment, ich nehme die hier. Achso, okay, den hast du. Oh, da klettert eine hoch. Ich sehe leider nicht die Ausschaltbox von dem Alamse. Na komm, komm ein Stück vor. So ein braver Scharfschütze. Ich habe ein, 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 äh, 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 ne Kamera ausgeknipst. Ja, sehr gut. Und den habe ich auch ausgeknipst. Ich glaube, ich habe gerade eine Geisel nebenbei gerettet und, äh, den hast du ausgeknipst. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Dann nehme ich das hier. Ja, okay. Aber wir haben es. Ja, ich mag die neue Waffe. Das ging ganz gut. Ja, die schießt gut. Wir sind zufrieden. So, jetzt auch die richtige Fahne da. Ja, blau ist viel schöner. Blau und gelb finde ich im Moment ganz schön. Ja, da bin ich ganz bei dir und auch bei allen anderen. Ja. So, dann, loot. Loot, loot. Genau, und Bino kann nicht vergraben. Oh, oh. Äh, äh, ja, ich mache das nach Looten. Hier ist ein Schlüssel. Warum hat der schon wieder Spaß ohne mich? Was, Spaß ohne Kimi? Habe ich nicht. Ja, da war gerade einer. Ah, da ist ja noch, ja, 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 Champagne. Ja, nom, nom. Okay, stopp. Gut, ähm, sammel mal Champagne ein, ich lasse mal den Stinkel-Laster hochgehen. Ja, ich habe sie weggeschickt. Ich komme nicht in das Gebäude, was ist denn da noch? Oh. Macht ihr Boom? Womit? Stinkel-Laster erledigt. Ah, hier ist das Gebäude. Okay. Hier ist eine Map und hier ist ein, ein, oh, F&D-Dipos entdeckt und, und, äh, Zeug. Ich, äh, ich will den Zeug, den, äh, ja. Öffne mal die F&D-Kiste. Ja, mach mal. Ich habe ein AS-VRL bekommen, Gewehr. Keine Ahnung. Aha. Können wir uns ja nachher mal in Ruhe angucken. Ich bin eigentlich, ja, wenn das, also wenn es besser ist, aber soweit bin ich mit meinen ganz zufrieden. Und was hast du? Dani, die Armee hat einen Kontrollpunkt errichtet, um nach Guerrilleros Ausschau zu halten. Darum stellst du dich ihnen nicht mal vor. Danke. Cool. Kontrollpunkt verraten bekommen. Aber hier ist noch irgendwo... Den Bunker, den, ähm, loot ich mal. Ja, ich wollte gerade sagen, da ist noch irgendwo eine Kiste. Ähm, die müsstest du, ja, perfekt. Die Missionskiste habe ich gefunden, aber sonst ist hier im Bunker... Wer schießt denn da ohne mich? Warum tut ihr das? Weil da ein Reiter vorbeikam. Ah. Wer hoppelt da durch Nacht und Wind? Das sind die... Das ist der Reiter, ich glaube, der spinnt. So kann ich sagen. Hier hinten steht auch unser Fluchzeug. Fluchzeug. Flugschrauber? Äh, Hubzeug? Ja. Fluchtschrauber. Und was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Mir ist langweilig. Ich muss mal. Dann sind wir gleich da. Hier das, ähm, Stahlwerk. F.I. Eskudo. Ich muss mal gucken. Dafür müsste ich ja eine Aufgabe haben. Äh, einsetzen. Ne, das ist ein militärisches Ziel. Stahlwerk. Äh, Dingenskirchen. Äh, und so. F.I. Eskudo. Ja. Habe ich aktiviert. Alles einsteigen. Schraub uns da mal hin. Schraub uns da mal hin. Ich schraub hier alles. Oh, da war wohl noch ein Baum. Oh nein, Elektro... Äh, ich mein. Alles gut. Wir fliegen da jetzt. Das ist... Das ist gar nicht so weit weg. Na, 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 na. Ich versuch mal... In der Nähe von so einem Türmchen. Und hier auf diesen Berg quasi... Ja, versuch uns mal irgendwo auf den Berg zu bringen. Ja. Ja, jetzt sieht es doch gut aus zum Landen. Oh, ups, ups, ups. Also hast schon... Das wird wohl nichts mehr mit dem Anschlag bringen. Ich, äh, dann laufen wir da mal hin, oder? Ja, vielleicht haben Sie es ja gar nicht gemerkt. Äh, nö, wahrscheinlich nicht. Ja, das ist also... Da unten ist ein unterirdischen Eingang. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das Fliegertier. Dann lass uns da mal sneaky-mäßig in diesen Tunnel sneaken. Ich sneeke schon. Oh, da ist einer. Warte mal eben. Lara, ich bin hier bei einer Art Metallfabrik. Scheiße. Sei wachsam. Da hab ich komische Sachen drüber gehört. Aber wenn du reingehst, such nach Trucks, die Metall geladen haben. Klau dir einen. Wir brauchen den Schrott dringend. Geht klar. Hast du das gehört? Wir sollen den Laster klauen. Ja, also wir machen es alles platt und dann klauen wir einen Metalllaster. Genau. So, ich hab gerade einen ausgeschaltet. Sehr gut. Äh, Richtung... Wo bist denn du? Hier. Ach, da. Ich auch. Ich versteck. Guck mal, hier ist so ein Totenkoch. Das sieht doch aus, als sollten wir hier reingehen. Unbedingt. Hallo, wer wird spielen? Spiegel. Ich find so Leute nicht gut, die einfach... Ich spring bei dir. Tun wir zu wollen. Da gibt's was zu looten. Vorsicht. Kamera. Oh nein. Ich hab den Wolf reingehört. So, Kamera ist aus. Irgendwer schießt das hier auf mich. Das find ich aber extrem unfair. Oh, okay. Champagner, läd ich den Obermogel. Wofür ist der? Ähm, das mit dem Anschleichen hat jetzt nicht so gut geklappt, oder? Nee. Dann plätten wir alles und... Ja. Einfach alles. Und jeden. Weg. Weg. Hallo. Oh leu. Das ist ein automatisches Gewehr. Wir haben, glaub ich, die Sache schon erledigt. Na gut. Dann, äh... Ja, würd ich mal sagen, das Stahlwerk ist unser. Das mit dem LKW-Klauen hat jetzt noch nicht so gut funktioniert. Vielleicht sollen wir den ja trotzdem nicht mitnehmen. Mal gucken, was gibt. Kein Alarm und Fahrzeug gesichert. Nö, alles gut. Wir haben die Bonus-Ressourcen. Ja, dann... Hm. Blut. Ah, hallo. Du hast ein... Irgendwas für mich. Was kannst du mir sagen? Hey, ich hab von einer Flugabwehranlage erfahren. Ich markiere sie dir, damit du sie zerstören kannst. Sehr nett von dir. Nice. Flugabwehranlage. Ah. Ich weiß, was wir als nächstes machen. Jungen, Oran, Jungen. Nix, Jungen. Ist noch irgendwo ein Ausflugzeichen? Ja, da, wo du grad denn bist. Ach, die Map. Ja. Wenn du hier drin bist, brauche ich hier nicht. Oh, die hört auf dich. Einen Schlüssel zu einem Lager haben wir gefunden. Ja. Das ist bestimmt wieder... Da, wo die FND-Kiste halt drin steht. Möglicherweise. Ich muss noch mal sagen, das Loot-Konzept bei diesem Spiel im Multiplayer finde ich richtig, richtig gut. Ja, man muss nicht alles... Ja, man muss nicht alles... Alles doppelt abgrasen. Genau. Du bist da oben unterwegs. Ja. Ich guck, ob hier was rumliegt, steht. Das ist die Frage, wo ist dieser Raum, wozu die Schlüsselkarte gehört. Oh, ich seh eine Vorratskiste. Oh. Äh, ja! Ich renn da eben mal Flux hin. Ich komm mit. Okay. Also, ich bin ein Stückchen hinter dir. Ach, du schwebst. Okay, klar. Passt an. Autsch, der. Ich hab nur ein bisschen Fallschatten. Jetzt bin ich da. Ich, äh... Äh, mach schon mal die... dieser Packbänder auf. Ja, ich pass auf. Alles klar, den haben wir. Gut, dann lass uns wieder zurück und nochmal den Baum suchen. Genau. Ja, alles mitnehmen. Ja, nix zurücklassen. Ne. Ich gönne den da gar nichts. Aber auch kein Stück. Ne. So. Wo ist... Bist du der Raum hier? Nein. Ist ein bisschen Muni drin. Ne, freu ich nicht. Mensch. Revolution steht hier auf der Wand. Ja. Ich hab ne FND-Kisse gefunden. Ach, gut. Mach auf. Ja, und es ist ein RMS 18, eine Schrotflinte. Ach, blau-gelb. Ne, geht leider nur einfarbig. Äh, schade. Aber in blau. Ah, schickes Auto. Ich nehm den Beifahrersitz. Ich nehm den Beifahrersitz. Ja, Champagne-Presse. Oh, jetzt nicht das. Nicht die Bärde! Nicht die Bärde! Nicht die Bärde! Nicht die Mama, nicht die Mama, nicht die Bärde! Oh nein. Oh nee, der hat einen... Arsch. Na echt. Ähm, hab ich...